Ähm, sie haben reich dem Land hat mal ne bedingungslose Unterstützung verdient. Machen sie Witze, es ist die Pflicht des Bürgers die Regierung zu hinterfragen. Die Regierung und der Präsident sind mir sowas von egal. Ähm, also machen wir auf Patrioten. Äh, sind wir da ziemlich grob oder eher gleichgültig. Ähm, ich glaube, weil ich mich jetzt, ähm, nicht so weit aus dem Pflicht, wenn ich das Fenster hinausgehen möchte, mach ich mal einen auf Patrioten und sage, sie haben recht, mein Land hat mal ne bedingungslose Unterstützung verdient. Da haben wir ja mal einen stolzen Patrioten. Aber wenn sie uns wirklich was Böses wollten, hätten wir sie doch gar nicht erst gewählt, oder? Jawohl, man muss den anderen glauben, dass sie wissen, was das Beste für einen ist. Ganz die amerikanische Lebensart. Das ist sehr traurig so zu denken. Wieso wissen sie so gut Bescheid, wenn sie die Enklave noch nie gesehen haben? Sie haben einen Radiosender. Schon seit Jahren. Präsident Eden spricht über alles, was sie machen. Überall gibt es fliegende Roboter, die alles beobachten. Sie wissen also, was zu tun ist, wenn sie hier reinstürzen und diesen Ort ausräumen wollen. Wissen sie, die Leute glauben, ich bin nur ein verrückter alter Mann. Aber die Dinge werden sich ändern, wenn die Enklave hier eintrifft. Was sollte die Enklave hier tun? Was gibt es Neues in der Stadt? Ich kann es ihnen wirklich nicht sagen. Wenn es ihnen so wichtig ist, sollten sie mit Manja sprechen. Sie lebt länger als alle anderen in Megaton. Okay, vielen Dank für die Infos. Dann muss ich sie jetzt verlassen. Gott schütze die Enklave! Also der Typ ist schon ziemlich patriotisch und dieser Patriotismus könnte ihn echt in Schwierigkeiten bringen. Aber gut, wenn er so denken möchte, ist es natürlich seine Entscheidung. Es ist ein freies Land und jeder kann entscheiden, wie er am liebsten nekt soll. Jericho ist nicht da. Was ist denn hier? Leeres Haus. Ah, ich glaube, hier können wir später sogar mal einziehen, wenn wir es verdient haben, sag ich jetzt mal. Wenn wir genug Geld beisammen haben. Das ist ja genauso wie ein Skyrim. Da können wir uns ja auch eine eigene Bude holen. Was haben wir denn hier? Ah, hier sind Toiletten. Darm-Toilette und... Wer ist das? Manja! Hallo Manja! Hallo! Ich bin Manja. Der alte Knacker, der hier rumläuft, ist mein Ehemann Nathan. Ach so! Sagen Sie Bescheid, wenn wir Ihnen irgendwie helfen können. Sprechen Sie nicht mit Nathan. Er labert Sie nur mit der verdammten Enklave voll. Äh, zu spät. Ich hätte ein paar Fragen zur Geschichte dieses Ortes. Ich kann Ihnen fast alles sagen, was Sie wissen wollen. Die Geschichte von Megaton ist kein Geheimnis. Das freut mich. Aus was wurde dieser Ort hier gebaut? Vor langer Zeit, noch vor dem Krieg, gab es Maschinen, sie waren wie Busse, aber flogen am Himmel und brachten die Leute überall hin. Man musste nicht laufen, sondern ging einfach zur Flugstation, kaufte sich eine Karte und stieg in den Himmel auf. Das gab es überall auf der Welt. Als der Krieg begann, fielen die Maschinen aus dem Himmel. Alle hier glauben, dass die Bombe den Krater verursacht hat, aber das stimmt nicht. Der Krater bot guten Schutz vor den Sandstürmen. Und als Papa und der Rest sich entschieden, die Mauern zu bauen, verwendeten sie das, was sie hatten. Warum haben Sie die Bombe nicht voranlassen gebraucht? Einige wollten die Bombe loswerden. Die Kirche des Atoms war da noch neu. Wir brauchten ihre Hilfe beim Bau der Mauern und Beseitigen der Trümmer. Wenn wir versucht hätten, die Bombe wegzuschaffen, hätten sie uns nicht geholfen. Außerdem wollten viele Leute die Bombe einfach in Ruhe lassen. Sie tat niemandem weh und niemand konnte sagen, was passiert, wenn wir es vermasseln. Das stimmt natürlich. Eine falsche Entscheidung könnte das Ding zum Explodieren bringen. Ein Haufen Teile für nur eine Maschine. Gutes Auge. Ja, stimmt genau. Einige Meilen von hier gab es eine Flugstation. Bis auf die Flugzeuge wurde alles geplündert. Mein Papa hat einige Leute, die da rausgehen, die Maschinen auseinandernehmen und die nützlichen Teile zurückschleppen. Hab ich auch schon gemacht. Man kann gar nicht mehr erkennen, wo die Flugstation mal war. Das Ödland hat sie zurückerobert. Können wir sie trotzdem finden? Warum die Wenders in der alten Flugmaschine bauen? Es ist viel einfacher, als genug Teile zum Bauen von Mauern und Häusern aus Rhein gar nichts zu finden. Der Schrott war da, also verwenden wir ihn. Außerdem ist das stabil. Das hält die Raiders und Sandstürme draußen. Nicht alle von uns hatten das Glück, in einer Vault geboren zu werden. Das könnte gut möglich sein. Eine Frage noch bei Megatron. Nur raus mit der Frage. Wie wurde die Stadt gegründet? Ursprünglich war die Stadt mal ein Loch im Boden. Mein Papa erzählt immer, dass sich sein Vater und die ersten Siedler im Krater versteckt haben. Das Wrack schützte sie vor Sandstürmen. Als wieder Normalität einkehrte und die Leute sich in die Wüste aufmachten, blieben einige hier zurück. Die Umherziehenden kamen zurück, um Handel zu treiben. Als mein Papa geboren wurde, war die Stadt schon zu einem Handelszentrum geworden. Durch die Karawanenrouten wurde mein Papa reich. Und überzeugte schließlich die anderen, dass Mauern gebaut werden müssen, um die Raiders fernzuhalten. Naja, Mauern sind das dann... das sind ja eigentlich mehr so eine Metalldinger. Warum wurden diese Mauern errichtet? Die Mauern sind vor allem wegen der Raiders. Als die Stadt groß genug war, haben sie gewartet, bis die Händler weg waren und uns dann fertig gemacht. Das ist nah liebend. Die Mauern schützen auch vor Supermutanten. Ein ganz anderes Problem. Sie könnten uns auch umbringen, aber meistens verschleppen sie die Leute. Am Ende hat mein Vater was unternommen. Er und ein paar andere haben die Händler und Einwohner organisiert und die Mauern gebaut. Jetzt sind wir recht sicher. Aber trotzdem wünschte ich die stehlerne Bruderschaft jetzt einfacher. Sie haben wirklich viele Angreifer zurückgedrängt. Die stehlerne Bruderschaft? Am Anfang war es also nur in der Anzahlung von hinten dann? Nein, zuerst lebten hier Leute, die in die Vault wollten. Leute, die die Bombe verehrten und ein paar andere Flüchtlinge. Dann kamen die Händler. Jetzt kümmern sich die Karawanen um den Großteil des Handels. Aber davor fand alles in Megaton statt. Ich habe mit meinem Vater eine Weile in den Karawanen gearbeitet. Dort habe ich diesen wertlosen Schlafsack getroffen, der jetzt mein Mann ist. Ach, wie süß. Kann man denn in Megaton leben? Nein, der Platz ist zu knapp. Sehen sie all die Leute? Sie leben im Haus der Gemeinschaft und sind keine richtigen Einwohner. Ach so. Fremde werden hier gut beobachtet. Ich kann einen Raiderspion auf 100 Meter Entfernung erkennen. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Ja, dann ist ja gut. Aber wenn sich die anderen mit Besprechungen und Abstimmungen wohler fühlen, bitte sehr. Gut, das sauber genug geschieht. Wenn sie das sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, wo sind sie, äh, wie sind sie hergekommen? Ich wurde hier geboren, genau wie mein Papa. Eine Weile habe ich ihm beim Sammeln geholfen und später mit seiner Karawane. Aber durchs Hütland zu latschen, ist nur etwas für junge Leute. Nachdem ich Nathan getroffen hatte, wollte ich nicht mehr so viel herumreisen. Wir sind hier, solange ich denken kann. Ich kann natürlich nicht gerade sagen, dass das gut für Nathans Geisteszustand wäre. Wo sind all die anderen hergekommen? Sie kommen von überall her. Die Stahlfamilie ist irgendwo im Osten aufgewachsen. Lucy kommt aus einer kleinen Siedlung im Norden. Billy redet nicht darüber, wo er herkommt. Doc Church lebte mal in Rivet City. Jericho... Naja, sagen wir mal, dass sich die Menschen ändern. Hoffe ich jedenfalls. Okay, wer hat hier in der Gegend das sagen? Stimmt Lucas Sims, oder? Genau genommen hat hier keiner das sagen. Aber man kann keine zwei Leute in einen Raum packen, ohne dass einer versucht, den anderen zu kontrollieren. Es hängt allerdings davon ab, wen man fragt. Lucas Sims hat sich selbst zum Sheriff ernannt. Er wirft jeden raus, der zu viel Ärger macht. Colin Moriarty gehört fast alles andere. Hier passiert nicht viel, über das er nicht Bescheid weiß. Oder, dass er nicht selbst plant. Oha, was er selbst plant. Erzählen sie mir von Colin Moriarty. Das ist übrigens auch der Typ, der angeblich unseren Dad gesehen haben soll. Äh, den wir ja immer noch suchen. Ähm, ja manja, was kannst du uns denn über Colin Moriarty sagen? Colin Moriarty, dieser Name. Dieser Mann ist der Abschaum der Erde. Er sorgt dafür, dass die Trinker hier immer im Alkohol schwimmen. Die arme Nova hat was besseres verdient. Und fragen Sie mich besser nicht, wie er Gorb behandelt. Nur weil der Junge tot aussieht, muss man noch lange nicht so mit ihm umspringen. Dieser Mann hat seine Finger hier überall drin. Lassen Sie bloß auf, was Sie über ihn sagen. Der hört alles. Okay. Und was kannst du mir zu Lucas Sims sagen? Er versucht hier für Recht und Ordnung zu sorgen. Vergebliche Liebesmüh, aber ich respektiere ihn. Anscheinend kann er die Leute für sich gewinnen. Mit Ausnahme dieser seltsamen Cowboy-Nummer, habe ich an ihm nichts auszusetzen. Er reitet halt gerne. Oder will gerne geritten werden. Wenn du verstehst, so sicher beide. Ich glaube, ich verstehe, worum es geht. In Ordnung. Wollen Sie noch was wissen? Warte, was? Ähm, ich möchte hier mal mit Lucas ansprechen. Sie können jederzeit wiederkommen, wenn Sie noch mehr erfahren wollen. Ja, vielen Dank. Ähm, was gibt es Neues in der Stadt? Heutzutage mache ich mir in der Stadt nur über eine Sache Sorgen. Was mein verdammter blöder Mann wieder anstellt. Er wandert Tag und Nacht hier herum, predigt über die Enklave und versucht an Teile für seine Knarren zu kommen. Ich weiß nicht, wer der größere Narr ist. Er oder ich. Schließlich habe ich ihn ja geheiratet. Ach, aber es ist doch trotzdem süß. Sehr nett. Ja, ebenso. Vielen Dank, Mann. Ja, vielen Dank für deine Information. So. Oh, das sieht ja voll schön aus mit den Lichtern. Okay, jetzt können wir... Warte, oder sind wir von hier gekommen? Nee, wir sind von hier... Oder sind wir von hier gekommen? Nee, Billy Creel. Nee, von hier sind wir nicht gekommen. Also, Billy Creels Haus ist verschlossen. Ja, es ist jetzt auch Nacht. Das heißt, die sind hier eher alle am Schlafen. Ah, und hier ist Mariattas Saloon. Ja, ich würde mal sagen, die haben die perfekte Tageszeit erreicht, um den Saloon zu betreten. Jetzt bin ich mal gespannt. Hallo, Dave. Hallo, Dave. Ja, hier ist... Hier ist also... Also, Gary... Ziriko. Hallo. Ich sagte doch, dass es nicht das Radio ist. Der Empfang des Radiosenders der Enklave ist okay, aber das Signal von Galaxy News ist schlecht. Äh, was ist das denn? Verdammtes Radio. Verdammtes Schein. Ähm. Gerade als ich schon fast die Hoffnung aufgegeben hatte, freut mich wirklich, sie kennenzulernen. Ich bin Mr. Burke. Äh, hallo. Und Sie? Naja. Sie sind kein Bewohner dieser fauligen Jauchegrube. Das lässt Ihren Marktwert steigen. Danke. Ähm. Ach so. Verstehen Sie nicht? Sie sind eine Art Freiberufler. Sie haben hier keine Wurzeln, kein Interesse an der Siedlung. Megaton bedeutet Ihnen gar nichts. Ich vertrete bestimmte Interessengruppen. Und diese Interessengruppen sehen diese Stadt, Megaton, als Pestbeule in der urbanen Landschaft. Wenn diese Siedlung weg wäre, würde das wirklich jemanden stören? Uns beide doch wohl nicht. Ähm. Nur zu. Ich bin ganz ohr. Moment. Sie haben vor die Stadt zu zerstören. Es ist in Kankberg. Dieses Gespräch ist beendet. Ähm. Was? Nein, nein. Ich bin nur der Anwerber. Sie werden den ganzen Spaß haben. Was? Die nicht detonierte Atombombe, die dieser Stadt ihren Namen gab, kann immer noch hochgehen. Man muss ihr nur einen kleinen Schubs geben. Ich habe eine Fusionsimpulsladung. Wenn sie an der Bombe angebracht ist, können Sie sie von einem sicheren Ort aus hochjagen. Leichtes Geld für sie. Ähm. Was? Nein. Wenn wir die Siedlung in die Luft jagen, dann töten wir doch auch die ganzen Menschen, die hier leben. Sims wird, dass sie die Bombe entschärfen. Megaton steht unter meinem Schutz. Und jetzt gehen sie. Gut, Mr. Burke. Ich mal aufs Megaton wird den Flammen aufgehen. Es tickt mir ja nicht, Burke. Und ich soll ihnen da noch helfen? Also, noch 500 Kronkorken mehr und wir haben ein Deal. Das will ich gar nicht riskieren, auch wenn es 500 Kronkorken sind, aber nee, nee, nee. Äh, Sims will, dass ich die Bomben entschärfe. Sims ist ein Idiot. Er ist stolz auf seine Position als Bürgermeister und Sheriff dieses Schrottplatzes. Hm. Er steht so viel Leben auf dem Spiel, Burke. Ich werde die Bombe entschärfen. Davon würde ich Ihnen dringend abraten. Wenn Sie sich gegen die Wünsche meines Auftraggebers stellen, könnte er recht unangenehm werden. Oh, hab ich Angst. Ähm, nö, ich mach's nicht, nö. Oh, verstehe. Ich wusste nicht, dass es in Megaton außer dem unerschrockenen Sheriff noch andere Wächter gibt. Gut, dann geh ich mal besser. Das sollten Sie auch wirklich beherzigen. Hallo. Ach, hallo. Oh, oh. Das ist ja nicht gut. Ach, hier ist Lucy West und hier ist... Ah, hallo. Ist doch bestimmt Ihren Namen, oder? Hallo. Oh, die sieht gar nicht mal so schlecht aus. Genau. Bin auf der Suche nach Beschäftigung. Wenn du kurz bist. Sight-Tips. Ich hoffe, Sie meinen damit eine Arbeit, sonst sollten Sie sich mit Nova unterhalten. Ich suche jemanden, der eine Lieferung für mich erledigt. Sind Sie interessiert? Ja klar, warum nicht? Prima. Bringen Sie bitte meiner Familie in der Ersiedlung Arafu diese Nachricht. Ich habe seit Monaten nichts von Ihnen gehört und mache mir Sorgen. Sobald Sie dort ankommen, reden Sie bitte mit Davis West. Er wird Sie gerne für die Reise bezahlen. Äh... Okay. Aufgaben zu gefühlt Grünsverwandtschaft. Wir sammeln hier nur Aufgaben. Haben Sie ein paar Infos über Arafu? Ich gebe Ihnen gerne Informationen, denn Sie tun mir ja auch einen großen Gefallen. Ach, natürlich. Wo ist Arafu? Arafu liegt nordwestlich von Megaton, an einer alten Potomac-Brücke. Wenn Sie den Überbleibseln des Flusses folgen, ist es nicht zu verfehlen. Alles klar. Glauben Sie, dass Ihre Familie in Gefahr ist? Nein, ich glaube nicht, dass Sie in Gefahr sind. Vielleicht kommen die Briefe einfach nicht an. Überbringen Sie bitte unbedingt die Nachricht. Okay. Wer hilft denn noch an Arafu? Tja, mal überlegen. Da wäre Evan King. Er ist so etwas wie der Sheriff der Stadt. Dann wäre da noch meine eigene Familie. Die Familie Iver. Und eine alleinstehende Dame namens Karen Shancy. Warum nennt sie sich dann West, wenn Ihre Familie anders heißt? Gibt es da irgendwas, wovor ich mich in Acht nehmen sollte? Abgesehen von den Monstern des Ödlands, einigen Sklavenhändlern und Raider-Überfall-Kommandos und vereinzelten Landminen ist es da völlig ungefährlich. Ach, na dann. Wissen Sie, wenn es einfach wäre, würde ich selbst gehen. Dann, ach, das, 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 das... Okay. Ähm, ja okay, das war's. Nein, ich danke Ihnen nochmals dafür, dass Sie das für mich getan haben. Das bedeutet mir sehr viel. Ach, natürlich tue ich das für dich. Natürlich, meine Liebe. Was ist los? Und hier haben wir... Ansehen ist gratis. Alles andere kostet was. Ach so. Ja. Ich suche meinen Vater erst in den besten Jahren. Haben Sie ihn gesehen? Ja, an den erinnere ich mich. Ich habe gesehen, wie er mit Moriarty gesprochen hat. Gut aussehende Männer wie diesen vergisst man nicht so schnell. Ey, er ist mein Dad. Ich würde mir das coole Geturne erzählen. Ja, wenn du mir einfach zugeben und ob ich dir einen Weg weisen kannst? Ja, klar. Ich helfe dir. Und als Dank schmeißt mich Moriarty raus. Tut mir leid, aber wenn du mehr wissen willst, kann dir nur Moriarty weiterhelfen. Verdammt. Sprich mit Gorb. Er hasst Moriarty mehr als ich. Vielleicht erzählt er dir was, aber ich bezweifle es. Äh...